Nach dem Ausscheiden der Fußball-Nationalmannschaft bei der EM im Achtelfinale hat Nationalspieler Thomas Müller die Taktik von Bundestrainer Löw kritisiert. Zitat, der Frust und Ärger über das vorzeitige Ausscheiden sitzt bei dem 31 Jahre alten Offensivspieler auch mit ein paar Tagen Abstand noch tief. Man sei verdient ausgeschieden, das sagte Müller in einem Statement. Und weiter, uns hat die nötige Effektivität an beiden Enden des Platzes gefehlt. Zur taktischen Ausrichtung von Löw sagte Müller, mit unserer Bestrebung durch eine eher abwartende, kompakte Defensivstrategie ohne Gegentor zu bleiben, sind wir de facto gescheitert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017